Der zweite Anwendungsbereich des neuen Atorn Ultra-N-Programms ist das Kopierfräsen. Für diesen Anwendungsbereich bietet Atorn mit seinem neuen Ultra-N-Programm eine umfangreiche Produktlinie an Torusfräsern in verschiedensten Längen und Radien. Dabei sorgen hochgenaue Radien für Präzision bei gleichzeitig besten Oberflächen. Auch hier schauen wir uns ein Praxisbeispiel an. Untertitelung des ZDF für funk, 2017